Mission Feuer von Hunderland, die 2. Müsse Euro. Jetzt wird's los nicht für dich, jetzt müssen wir euch den Vanas spüren. So wird eigentlich schon wenig liegen. Wir müssen die Party gelesen, ähm, Hunderland, die 2 Tage. Ich denke, wir können jetzt weiter machen. Jetzt geht's nochmal um ein paar Mal. Nein. Nein. Was? Zum Glück ist die Szene entgegenweise unrealistisch, wenn sie den Kacken setzt. Aber ziemlich nehmlich da unten. Wie? Die Maser unter uns. Ich versuche mal langsam zu pflegen. Ist er weg? Da sind noch Beine unter uns. Da sind die nächsten, die Straße. Das sind die nächsten, die Straße. Ich gebe immer mal mit ein bisschen Feuer ein. Kannst du so gut schießen? Was? Kannst du so gut schießen? Äh, ja. Ich bin nicht schweizer. Ich mach mal das sofort, ich danke Gott. Man sieht ja gar nicht wie im normalen Spiel dahin, wo die so gut schicken ist. Jetzt kommen wir mal auf Leute. Eigensprochen. Die anderen sind auf dem Haus. Ich mach die einfach mal. Ich hab jemanden gespottet. Mögen wir auch meinen Arm. Äh, wenn ich mich so gut sch ما mache, ich mache das einfach zu. Also, ich mache es nicht so, weil ich mich so gut schieisi. Ja. Das sieht aber schön aus. Der Flug am Fluss entlang. Naja, das ist mal mit der Stelle. Ja. Das ist mal mit der Stelle. Das ist mal mit der Stelle. Ich bin zu längst nicht beweglich. Was? Du gehst ja mit der Geschwindigkeit in meiner Uhr. Oh, pittar. Oh, pittar. Oh, pittar. Ja, das kommt jetzt schon da. Ich bin zuigeren. Ich bin zuigeren. Ich bin zuigeren. Ich bin zuigeren. Und ich bin zuigeren. Wie haben wir das schon? . 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 Der hat den in dem Schiff. Lustig ist immer wieder kurzes Pferd. Ich hast doch gerade gesagt, dass ich Kugel drückt hab. Das ist wirklich ein Kugel. Das hat den Kugel rupen. Und er hat sich, dass er etwas ist. U-U-U-U. Ich bin da. Ich habe nur gedacht. Ich kann gerade nicht schießen. 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 Ich kann gerade nicht schießen.